hallo leute und herzlich willkommen zurück bei let's play digital level saga ich habe gerade schon mal ich lade es nicht hoch aber ich bin zumindest mal wenig hatte gerade das unglaublich schöne vergnügen hier schon einmal reingegangen zu sein und hatte relativ wenig zwischenkämpfe das ist jetzt wieder sehr dass wir nicht sagen oder keine zwischenkämpfe oder weniger das ist eine fixie ins wort fällt sagen aber okay darum geht es gerade nicht hatte relativ entspanntes durchlaufen war schön am quatschen hat sie den schatz zu gefunden die hat dann halt schaden gemacht dazu später mehr ich werde sie trotzdem öffnen keine sorge ich lass mir trotzdem ein ungefähr die aussage gerade ja ich weiß da krieg ich einen vorschlag haben wir in die fresse aber ach das können wir ab sind ja echte echte große demonen und so und wir können das ja wir sind ja nicht mehr klein lauf ein bisschen danach vergesst mich zu heilen und weil ich in der im nächsten kampf nicht als erstes habe weil ich von langsam dahin gemeuchelt von unter anderem einer schöner wie der da das war nicht ganz so witzig behaupte ich jetzt mal so und ja ich weiß ich könnte auch so ein todesrad mal irgendwann entwickeln und dann nur noch meine todezeichen machen nein ich möchte ja so tun als hätte ich wenigstens keine ahnung von dieser wache was knapp 90 prozent der zeit nicht funktioniert einfach allein schon dadurch wie ich öfter mal auf die fresse kriege obwohl ich ganz genau weiß was ich machen sollte na dann rennt man trotzdem ein bisschen durch die gegend und zack jetzt mal wieder tot weil man die aufgefasst hat ja naja eigentlich sind wir hier um über schöne dinge zu reden oder zumindest um ein ob zu einem boss genau zu sein wir jagen bezen er hat sich hierhin verkrochen und den wollen wir haben wollen wir machen nach ihr versteht und so oder auf deutsch über die radieschen von unten betrachten und dabei seinen teil tun als dünger für die büte naja ja ich weiß dass hier nicht ich weiß viel mehr weil sie jetzt gleich auch schon nicht mehr aber ich wusste dass da noch ein sack ist aber ihr wisst ja dieser zwang die karte aufzudecken zumindest genau zu sehen da war ich da ist alles gut sollte ich halt sein lassen eigentlich aber naja eine andere sache die wir hier hoffen sich während ich hier gegenlaufe in kriege ist wir wollen da das lernen weil war nicht davon dass es wichtig für den bosskampf ist und deswegen wollen wir mal das haben das habt ihr schön gemacht aber sie haben halt ihre ganze kraft aufgewendet nachdem das eigentlich ist ja gut ich komme dann halt um die ecke und sagt ja ist eine zustandsveränderung die wir gerade nicht wollen wir haben was sehr interessante gegner das aber aber eigentlich relativ anfällig für genau weisung so weit zu vereist sind ist deren schild weg wir können sie relativ einfach eliminieren gegen sehr sehr viel geld und sehr viele einfachpunkte für den ganzen ich sag mal trubel den wir da hatten und damit sind sie teilweise hier ich werde es nicht unbedingt sagen die beste alternativ für den turm zu leveln aber es ist verdammt gut und kokythus ist in dem fall nur die gute variante zu nutzen weil die chance auf vereisung bei kokythus höher 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 ist als wenn wir ganz normale techniken verwendet so was überlegen also es ist ganz gut darüber zu verwendet aber das ist zwar ganz nett aber das problem ist zum einen ist das problem wenn einer überlebt bzw nicht vereist wenn ich hier umschalten das finde ich nicht gut kannst du es wagen zu leben um mir meinen job schwierig zu machen naja zum anderen ist das problem wie gesagt dass wir sehr viele atma punkte fühlen was im großen ganzen von so einem vergrößten lutschbonbon ganz toll ist aber ich müsste dann eigentlich wieder umdrehen und jetzt direkt das nächste reinpfeffern weil sonst verschwende ich wieder zeugs das heißt eigentlich muss ich jetzt wieder an dieser stelle umdrehen was ich jetzt war einfach schweren herz es nicht nur ganz freuen es sei denn ich habe jetzt nicht mehr so viel glück und alle fünf sekunden kriege ich die ich habe in meinem brand in dem ich gestorben bin ich tatsächlich hier nur einmal drin gewesen habe gegen ein fixe gekippt sie können mittlerweile mit dollar ohne dass es da steht sie haben sie das wirklich durch die machen wir gehen und sie halten viel mehr aus also es ist nicht so dass ich ich sag mal in anführungszeichen blöde einfach draufhauen kann und stirbt in zwei drei runden nein dann überlebt tatsächlich zwei drei runden also komplette runden von nicht kleine angriffe von mir und so zum anderen habe ich wie gesagt eine truppe getroffen unter anderem mit den grünen damen da die mich dann in einem zug gemacht haben was auch nicht so toll war genauer gesagt haben sie zu mehreren runden gemacht aber sie haben weil da auch eine schwäche für feuer hier drin war das kann mich gut was mich zu dem punkt bringt ich habe das extra gedent da haben was kann die schwäche aus gliedern aus das heißt wenn wir jetzt angegriffen werden mit einem feuer angriff dann interessiert das ist das gut schlimmer abgesehen davon dass es fällt zu lassen ich sage das nicht wieder irgendwo auftritt ist das so jaja das war ein überfall ich fühl mich sehr überfallen es war hart an der grenze meine nerven sind eigentlich am ende ich sollte das video jetzt beenden und mich in dem schlaf weinen weil das war das war das war zu viel für mein armes schwaches herz ok nein real talk das war jetzt natürlich super sinn die gegner kennen wir schon aus dem turm also das ist alles gut nur halt das ist ein überfall da könnte viel mehr passieren das ist das die kombination die mich umgebracht hat mal und ihr wisst wie das funktioniert macht tot also ja und dass dann daran gekoppelt dass ich nicht gegen feuer immun war Kommt ruhig In gewisser Weise Du bist ein Schatz, Schatz, ich weiß Vital Noise Also mehr HP Oder war es einfach nur Vitalität Was immer noch mehr HP ist Ich glaube gab auch nur das in dieser Form Also ihr habt mehr HP In Vitalität So, jetzt mal da rüber gucken Naja, wer hat sie nicht vermisst Wunderschön Ich mag es Den Dungeon nicht Wir haben hier auch Falls jemand sich jetzt schon Gedanken weiter drüber macht Kann ja sein Wir haben hier auch wieder das Vergnügen Ein Unterwasserrätsel zu haben Beziehungsweise Wasserwege Und das wird hier wahrscheinlich Ein Mehrteiler werden Ich glaube, dass ich den nahen von 20 Minuten Oder annähern soll Die war ja auch ein bisschen enger Ich glaube nicht, dass ich in der Zeit das schaffe Da so schnell wegzukommen Um sagen zu können Ja auch mit dem Ergebnis Das ist Das ist Blöde Das sage ich jetzt einfach mal so Aber da müssen wir halt ein bisschen improvisieren Das ist das, was ich nicht unbedingt gerne sehe Aber okay Hat gepasst Ja, ich hätte gerne jetzt Und jetzt demnächst wieder neue Anpass Äh, beziehungsweise Mantras Damit ich die Punkte nicht verschwende So rum wird ein Schuh draus Sag man das so? Ja, ist ja egal Gib mir, gib mir, gib mir Das Spiel ist Ich fühle mich da immer wie so ein Esel Der von Karren gespannt wurde Vor dem Esel Hängt halt dann die Möhre an Das guck mal hier Kommi Das ist ein Speicherter Du könntest, wenn du es erreichst Deine Mantras ändern Ach, wir sind so Gönnerhaft Und dann auf einmal Zack, boom, bang, gampf Und nichts mit Mantra ändern oder so So Wir müssen Das Ding da erreichen Nicht das hier Auch wenn es meiner Meinung nach Theoretisch interessanter wäre Wir müssen Na, wir haben Wir haben hier zwar Äh Die Barrieren Auch Death Resist Death Resist Ist fast die richtige Richtung Aber eben nur fast Ja, und Hier muss noch ein bisschen mehr aufholen Als Agila Agila hat halt Death Das lernt sie gerade Ich weiß nicht Das Ding hier dann 42 Das muss ich dann Dann drunter auch noch lernen Äh Wenn Wenn So Leute wie er Jetzt da Zufällig dasselbe lernen Das ist dann halt Tatsächlich in dem Fall Zufall Das Ist nicht das Was er machen soll Primär oder so Das ist dann halt Zufall Dass er genau das macht Weil die beiden Sind mir halt leider Im Spiel komplett egal Es tut mir ja leid In gewisser Weise In einer kleinen Kapazität Sag mal so Es ist halt Meiner Meinung nach Einfacher sich auf Ein vernünftiges Dreierteam zu einigen Wir haben Den Mischmaschkämpfer Mit Surf Wir haben den Hauptangreifscharakter Rein theoretisch Als Heats Und wir haben halt Die Haupt-Heil- und Magie-Nutzerin Äh Arjilla Ich weiß Wirklich nie Was ich mit Äh Dem Guten alten Cielo machen soll Vor allen Dingen Diese Schwäche Vor Zustandsweiten Das geht mir nicht Unter Das geht mir eigentlich Nirgendwo Ich finde das nicht Furchtbar Aber das Ist auch Furchtbar Das habe ich wieder Nicht gemacht Ich habe Gespräche Ich sehe halt Nur das Und denke mir Ja Toll Wieder Großartig Weil das Spiel Sich entschieden Hat zu sagen Ja Die dürfen Zuerst ergreifen Und sonst Ich kann es nicht Sowas Surf ist wenigstens Wieder bei Sinn Ich hieb es Wieder bei Sinn Alles Nicht Das Spiel Es ist halt Wenn ein Angriff Ein Angriff Von mir Alles aus Rottet Dann Sehe ich das Jedes Mal Sehr Entnervt Dieses Oh ja Toll Die Gegner Zuerst Zum einen Tatsächlich Ich auch fragen Was kommt jetzt Wieder Für ein Mist Zum anderen Einfach nur Ja Toll Jetzt muss ich Nicht erwarten Krieg auf die Fresse Nix Abgesehen davon Ich tue mir schon Selber weh Mit meinen Angriffen Dann muss das Eigentlich nicht Auch noch Der Gegner Für mich Erledigen Ich arbeite Ja schon Vor Rein theoretisch Aber naja So ist das Halt mal War Sharp Shot Ich bin mir ziemlich Sicher Das war Ein Schlechterer Schuss Als alles Was wir Momentan Haben Von daher Einfach Mal Komplett Die Kommigen Bei dem Hinterkopf Vielleicht Behalten Ja Wir haben Auch Schaben Aber Ne Nicht Damit Einfach Zu den Anderen Kugeln Auf Den Stapel Neben Gelegen Also Passt Das Ich Hab Schon Wieder Erwartet Dass Ich Meine Das Sind Andere Gegner Ich Hab Wieder Erwartet Zuerst Ergreifen Dürfen Deswegen War Ich Da Sehr Sehr Gespannt Ob Ich Bin Zuerst Darf Oder Eben Nicht Einmal Den Ex Nur Um Sicher Zu Gehen Und Rein Theoretisch Könnte Ich Dann Auch Das Elixier Werfen Nur Um Sicher Zu Gehen Dass Er Auf Jeden Fall Weiter Hint Kultus Einsetzen Kann Kost 220 MP Aber Man Muss Ja Nicht Lieblings RPG Oder Das Was Gerade Am Spielen Seid Ist Wahrscheinlich Voller Und Holt Euch Ein Level Irgendeins Ich sage Irgendeins In Anbetracht Dass Wir Bei Final Level Eher Darauf Bedacht Man Job Level zu Kriegen Aber Wenn Es So Das Ist Dann Holt Euch Ein Job Level Macht Es Ihr Werdet Froh Seines Getan Zu Haben Es Seiden Ihr Habt Andere Verpflichtungen So Dann Tut Lieber Das Dann Allerdings Zeige Warum Man Zeit Was Wenn man Was Mit Familie Tut Heute Dark Spirit Auch Gelernt Wunderbar Nicht Dass Das Wichtig Wäre Eher Demon Lord Gelernt Das Ich Weiß Nicht Warum Wichtig Das Wäre Jedenfalls Gar Nicht Aber Er Gibt Sich Die Größte Mühe Also Ich Habe Respekt For Maman Cielo Dem Naja Rein Theoretisch Ist Er Trotz Allem Wo Der Äh Wie soll ich Sagen Comic Relief Dieses Haha Cielo Hat Wieder Was Dummes Gesagt Aber Naja So Ist Das Halt Ne Wenn Ich Dabei Bin Dann Brauchen Wir Diesmal Gleich Keine MP Rausholten Weil Die Kann Nicht In Vielen HP Überlegt Haben Wenn Sie Nicht Direkt Sterben Aber Getroffen Wurden Kann Man Davon Aus Das Das Plus Die Sache Dass Ihre Verteidigung Äh Ich Wollte Schon Wieder Mit Englisch Bedürf Werfen Dieses Jogi Wurde Voll Gelauert Alter Voll Niedrig Gewacht Naja Da Haben Wir Das Wasser Ich Meine Es Schön Dass Ich Es Gefunden Habe Wir Gehen Also Mehr Oder Minder Den Richtigen Weg Was Prinzip Gutes Ich Bin Nur Immer Noch Nicht Mal In der Nähe Davon Die Leute Mit Dem Skill Auszustatten Den Sie Haben Sollen Ich Meine Death Ist Schön und Gut Aber Wir Brauchen Den Und Das Mal Drei Wir Haben Hier Death Death Und Death Und Nichts Mit Ich Weiß Nicht Damit Sondern Irgendwas So Um Den Dreh Ja Aber Das Hilft Mir Nicht Das Heißt Im Schlimmsten Fall Muss Ich Gleich Wenn Wir Wollen Nicht Meinen Ich Wollte Einen Speicher Anlegen Das Problem Aber Ich Muss Dann Äh Musst Dann Wieder Speichern Und Irgendwo Und Sei es Hier Drin Das Ist Ja Nicht Das Problem Aber Da Muss Ich Trotzdem Wieder Ein bisschen Kreis Umlaufen Naja So ist Das Zeit Ja Gut Glücklicherweise Haben Wir Das Ding Nicht Weg Geworfen Und Da Ist Immer Noch Luft Drinnen Bis dahinter Warte Ich Auch Nicht Mehr Da Können Nicht Lange Okay Kleid So Weiß Wenn Überhaupt Weiß Kennt ihr Das Übrigens So So Am Rande Das Ist Schon Der Ausgang Das Einfach Nur Hin Und Rück Weg Kennt Ihr Das Eigentlich Wenn Ihr Egal Welchen YouTuber Muss Nicht Ich Sein Wäre Schön Aber Darum Geht Es Nicht Wenn Ihr Irgendeinen YouTuber Verfolgt Und Dann Richtig Bock Auf Das Spiel Kriegt Das Ist Witziger Weiß Jetzt A Mit Einem Handyspiel Passiert Wobei Da Ist Nach Wie Vor Wie Immer Wie Wie Lange Wirst Du Spielen Aber Und ich Habe Wieder Mega Mäßigen Bock Auf Eigentlich Shadows Of Mordor Mordor Shadows Of Mordor Ich Habe Da Momentan Eigentlich So Einen Finger Juck So Ja Spiel Z Mal Ne Runde Oder Fünf Oder Achtzehn Ich Mochte Eigentlich Da Mehr Oder Alles Story Kampf Struktur Etc Ich Habe Auch Wenn man Ganz Genau Betrachtet Shadows Of War Durch Gespielt Ich Habe Bis Zu Ende Gespielt Im Prinzip Wissen Was Ich Meine Habe Bis Da Gespielt Ja Dann Habe Ich Gesagt Ja Und Die Ganzen Scheiß Jetzt Noch 500.000 Mal Da Habe Ich Jetzt Irgendwie So Gar Keine Lust Drauf Da Bin Ich Bei Ich Weiß Gar Nicht Wie Viel Es Da Gewesen Ist 150 Prozent Oder Sowas Also Nicht Viel Habe Ich Auf Habe Abgesehen Davon Dass Es Eine Sehr Sinnlose Beschäftigung wäre Vielleicht Super 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 Gut Geeignet Für Streams Weil Sehr Viele Fails Dann Kommen Würden Blabla Aber So Für 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 Mich Alleine Zum Traurig In Ecke Sitzen Und Das Spiel Spielen Da Da Eigentlich Schade Naja gut, und jetzt In Anführungszeichen wartet man auf den Nachfolger Oder auch nicht Das kommt halt nichts So, da haben wir jetzt den positiven Effekt Den ich meinte Maragadine, ja, ist doof Dass sie's machen, aber Das interessiert mich im Prinzip Im Prinzip Natürlich trage ich den Das immer noch nach Aber der Punkt ist halt Das können sie machen Es entsteht keine Schwäche mehr Und dadurch können die Gegner Auch keinen neuen Zug Also, wenn alles Schwächentechnisch abgeschlossen ist Dann kann kein Gegner mehr Etwas aus uns rausholen Außer er macht aus irgendeinem Gut einen Kritischen Treffer Das geht dann leider trotzdem noch dadurch Ich weiß nicht, ob einer von den Aber scheinbar nicht Man weiß es ja nicht Die Arabakis müssen zu Die können aber scheinbar Im Prinzip halt auch durch Vereisen in dem Fall Tatsächlich alles Als Vereinigung rauskauen Was so theoretisch hätten wir Von daher Fast und so Und ja, ihr seht's ja Wir kriegen fast 100.000 Leider nur fast Fast 100.000 Erfahrungspunkte Äh, Geld 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 Nicht Erfahrungspunkte Äh Sozusagen Freihaus Getiefert In Form einer großen Spardose Und das ist schon Eine gute Sache Wow, vier Wände Ey jetzt Nein, bin ich gut mit beschäftigt Nur wo der richtigen Weg ist Weiß da auch wieder keiner Außer einer der schon drin sitzt Oder einer der eine FAQ Oder so geschrieben hat Oder hinterher wir Wenn wir es fertig Aufgenommen haben Aber ansonsten Meine Herren Vier Gänge Und keiner weiß wohin Wenn es vier Gänge Zu essen wären Am Gefühl Wohin Mein Mäuchlein Haha Aber so Keine Ahnung Death und Seraphine Sehr wichtig Wobei, wie gesagt Gale und so Nicht ganz so wichtig Wobei für mich ist immer noch wichtig Dass sie alles lernen Das schon War da ein Item Oder war das jetzt Ich würde sagen Was Ne Ist so Wie Das ist Das ist eine gute Sache Ich sollte vielleicht schon mal So langsam aufs Endgame Ein paar Antworten geben Die Sache ist folgendes Wir werden Wenn wir das Spiel jetzt einmal durch haben Werden wir Bestimmte Daten übernehmen können Für den zweiten Teil So weit Nichts Ich sag mal Neues Im Prinzip Weil Sonst würde ich mir nicht so eine Mühe damit machen Das hätte ich jetzt auch den letzten Post machen können Vor zwei, drei Videos Und jetzt sagen Was ist das Was ich hier dringend Passt Weil alles was ich hier drin kriegen würde Und dann eh nicht mehr nutzen kann Würde ja keinen Sinn machen Mich hier damit großartig zu beschäftigen Weil das soll ich damit machen Die Sache ist halt tatsächlich so Dass Ähm Wir Unter anderem Geld behalten Für das Besiegen von Manchen Bossen Also so wie Bates Etc Oder den Ähm Den Äh Den Jack Frost Ne Da Äh Ne Nicht den Jack Frost Den Äh King Frost So Von solchen Gegnern Kriegen wir In dem Fall Hier In dem Spiel Mantras Was eine gute Sache ist Ne Gute Mehr kann ich gerade nicht sagen Weil mehr haben wir Ähm Aber Wir kriegen auch Das ist vielleicht Interessanter Im zweiten Teil Ringe Das ist auch wieder so eine Richtig blöde Kombination Weil ich gerade Das Ich mache jetzt 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 Aha Äh Wir kriegen da Ringe Die speziellen Effekte aus Also im nächsten Teil Haben wir einen ausgesucht Wie gestanden mehr Im Prinzip Und Die können Nur erlangt werden Also die speziellen Ringe Es gibt hinterher immer noch Ringe Die man so gehen kann Ähm Aber es gibt halt spezielle Ringe Die man nur durch Diesen Boss Und auch die möchte ich haben Außer einen Weil das ist dann wieder Da müsste ich das Spiel durchspielen Und nochmal durchspielen Um das zu holen Da habe ich dann ehrlich gesagt Überhaupt keine Lust drauf Das werde ich mein Leben Wahrscheinlich nicht machen Das ist so mein Problem Mit solchen Geheimnissen Das ist zwar eine tolle Sache Aber Äh Ne danke Also ich spiele jetzt kein Spiel Zweimal direkt Back am Back durch Ich habe kein Problem damit Nach diesem Ding hier Direkt Digital Devil Saga 2 zu machen Das sind andere Spiele In dem Sinne Äh Das passt Aber so back to back Boah Also dasselbe Spiel Zweimal Ne 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 Habe ich noch nie Werde ich auch nie Deswegen sind New Game Plus Optionen In ähm RPG Spielen Für mich Ja man könnte sagen Ein No Go Weil ich es nicht machen werde Aber Jeder wie er möchte halt Wenn ich mir halt nur vorstelle Der ganze Fortschritt Den ich habe Ist im großen Und ganz weg Und jetzt mach alles Nochmal von vorne Huch Ja Wo auch Keine Ahnung Schwerer oder so Ja War noch nie meins Habe ich bis Heute auch noch nie In irgendeinem Spiel gemacht Egal wie gut es war Nie gemacht Von daher Ach ja Und dann ist das Schlimme Wenn ich dann doch Wieder kommen sollte Zu dem Spiel Dann Ähm Fange ich tatsächlich Einfach neu an Dann sage ich Ja war schön Aber Ich glaube Das kommt jetzt neu Weil mir dann Die ganzen Vorteile Vorkommen würden Bescheiß Total abgefahren Ich glaube wir sind Tatsächlich da Wo der Boss wäre Was zwar ganz schön ist Aber Das heißt auch Dass ich Immer noch nicht das habe Was ich lernen sollte Jetzt hätte ich Zwei Optionen Den Boss kann man Einfach so versuchen Was Weil er einen neuen Angriff dazu gelernt hat Und der verursacht Instant death Und wenn man den Nicht Blocken kann Oder nur Vielleicht Blocken kann Ich nenne es Blocken Das kriegen wir ihn ab Aber Ne Dann ist Sehr sehr schlecht Dann ist Sehr schnell Schichten im Schach Das wollen wir nicht unbedingt Das ist das eine Das andere ist Die Art und Weise Wie ich mir jetzt Die Erfahrung Tut Ich kann jetzt einfach Den Kreis drehen Und dann Darauf hoffen Dass der Kampf Stand Was eine Option Wäre zumindest Oder Was ich auch Machen könnte Tatsächlich Einfach noch mal In den Dungeon Hinein gehen Mit euch Und mal gucken Ob wir da Vielleicht irgendwas finden Aber Es ist halt So Das ist Die Kategorie So oder so Beides Und zumindest Nicht Super interessant Anstehen Wenn man da Jetzt wirklich Hin und her Läufen Und dann Hopfen Durch mal Das hinzutreten Was ich eigentlich Haben Das erste Mal Dass das nicht Direkt geklappt hat Das ist eine Feinheit Ist das Fräfe Aber ja Das sind die zwei Optionen Die ich mit den Jäder hätte Um jetzt mit der Situation Umzugehen Ich tendiere tatsächlich dazu Dass ich ein wichtiges Im Kreis drehe Weil wir jetzt An einem großen High Terminal angekommen Und dann im nächsten Part Einfach hier fortsetzen Und zumindest Schon mal Den großen Bösen Buchen herausfordern Dann kann nämlich Jeder Den es interessiert hat Ausschalten Das ist erledigt Diejenigen Diejenigen Bei mir bleiben Freunde Und mal Quatsche hören Möchten Über Irgendwelche Themen Die Absolut Keinen Sinn Machen Die können das Dann nämlich Auch Weil Ich brauche Ich brauche Relativ viel Kohle Dafür Wirft Ja Du bist Nicht so weit Ja Und sie Müsst Tatsächlich Ich könnte Ich also Vorstellen Wie lange Ich Eigentlich Hier rumrennen Muss Oder Ich werfe Tatsächlich Doch Alles Über Den Haufen Und Sag Hey Ich Werd Beim nächsten Part Wahrscheinlich Doch Es ist Alles So Ich will Ja Alles Im LP Zeigen Aber Es ist Gerade So Nimmst du Pest Oder Nimmst du Cholera Was Wird So Es ist Ja Nicht so Als wäre Ich Sobald Ich Da Dem Fertig Wäre Fertig Ich Muss Ja Einmal Noch Mehr Machen So Ist Nicht Naja Dann wird es Darauf hinaus Laufen Dass ich Tatsächlich Doch Sagen Muss Diejenigen Die Nur Den Kampf Seben Wollen Überspringen Den Nächsten Part Und Die 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 Mir Beim Ramblen Zuhören Möchten Können Dann Einsteigen Weil Dann Und Ich hoffe Auf Dem Beziehungsweise Die Punkte Dass Alle Das Gelernt Haben Was Sie Lernen Soll Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.